Du hörst mich gut? Ja. Gut? Ja. Ich zähle damit runter und dann haben wir unseren Spaß. 4, 3, 2, 1, Feuer! Start in 150. Rechtseingang, links 4+, in rechts 2- über Kuppe schmiert. Links 4+, in rechts 2- über Kuppe schmiert. 20, links 2, 20, rechts 2, 100. 5 rechts, in 5 links, Eis. 30, 5 rechts, sofort über Kuppe gerade. 50, 2 links plus lang, Eis. 2 links plus lang, Eis. In 6 links, 50. 5 rechts, 100, T2 links, auf Eis. Geht gut. Super. T2 links, auf Eis. 100, 4 links. 4 links, net grüßend vorn. 50, 3 rechts, Eis. 3 rechts, Eis. 70 über Kuppe in 3 links plus. 3 links plus, äh, don't. 70 über Kuppe in 2 rechts plus Eis. Danach 20, kehre 1 links. 70 über Kuppe gerade. Achtung Eis, danach 30, 3 rechts plus. 70, 5 rechts, Brake. Achtung 30, Abzweig 2 rechts. 30, T2 rechts. Eiertanz. 150 über Kuppe, 5 links. Danach 70, Abzweig 2 links plus Eis. 30, 3 links plus. 30, 3 links plus. 70, 3 rechts minus schmiert. 50, 4 links schmiert. 20, Achtung T2 links, don't. Ich habe einen Aufschrieb ergänzt. 100, Achtung, kehre 1 rechts auf Breit. 70, 4 links kurz, sofort 4 rechts plus plus Platz. 800, 70 nach Gelb, Abzweig 2 links plus, sofort 2 rechts plus Eng. Ich hatte bloß oben Aufschrieb ergänzt. 70 nach Gelb, Abzweig 2 links plus, sofort 2 rechts plus Eng. Und anbremsen, Winterreifen. 100, 2 links minus. 2 links minus, don't. 70, 2 rechts. 200, Durchsenke, 6 links. In 6 rechts lang über Kuppe innen halten. 6 rechts lang über Kuppe innen halten. 50, 6 links. 70, 6 rechts über Kuppe lang lang leicht Eis. 6 rechts über Kuppe lang lang leicht Eis. 200, an Gelb, 5 links minus, Break. Danach 70, Achtung, T3 links anbremsen schmiert. 50, 4 rechts Eingang, T2 links auf Kuppe. 70, 5 links. 100, 6 links. 100, 6 links. Danach 70, Kehre 1 rechts, Verdeckt, Sauber. Gut 50, 6 links, danach 100 4 rechts plus Leichteis 20, 5 links über Kuppe 70 rechts, Eingang, Abzweig 2 links 150 Vorhaus, 4 rechts plus schmiert 50, 4 rechts plus Danach 70 T2 links 70 Links Eingang, rechts 4 plus plus Lang, XA, macht zu 100 3 links plus Danach 30, Kehre 1 rechts 50, 3 links plus plus In 2 rechts plus 20, 2 links plus plus 50, 2 links plus spät 70, 3 rechts plus plus Macht auf 70 Über Kuppe, 4 links, spät 100 Auf Kuppe, 5 rechts, über 70 Abzweig, 2 rechts plus Über 70, Abzweig, 2 rechts plus 100 6 links, Lang, Exit, Eis Ab jetzt wird es wieder tricky 250 6 links, Eis Die ist echt noch vereist 6 links, Eis 250 Links Eingang, Abzweig 2 rechts plus XA, Achtung, Achtung, Eis 30 Abzweig, 2 links plus Lang, macht auf XA Sofort 2 links Auf Schotter 70 T2 rechts plus plus Auf Asphalt Breit schmiert Gut 250 Abzweig, 2 links In eng, Eis 2 links in eng, Eis 50 Über Kuppe, 6 links, Eis 70 70 4 rechts, Eis Danach 50 T2 rechts, Don't 50 5 links, rechts 70 Auf Kuppe von rechts In 2 links, Minus An Baum, Achtung, Eis 100 100 Über Kuppe, 4 rechts In 4 links XA Ist dieser Stein außen? Ja 4 rechts in 4 links XA 70 Über Kuppe, Achtung, Achtung 4 rechts, Eis In 4 links plus Lang In 5 links Durchsenke 50 50 6 links 70 Über Kuppe, 6 links Exit, Eis Break Exit, Eis Break 30 6 links Lang Über Kuppe 30 2 rechts In 4 links plus Lang 30 2 links Minus Wird schmiert 50 3 rechts Lang Wird 2 Schmiert 50 6 rechts 100 4 links Über Kuppe Rollt In 2 rechts Bloß Eng In 30 50 T2 Links Plus 50 6 links Über Kuppe 50 5 rechts In 6 links Leichteis In 5 rechts 70 4 links Break Leichteis Sofort Kehre 1 rechts Hand Bremse Sehr eng 50 6 Rechts 70 Auf Kuppe 3 links Plus Schmiert 70 Abzweig 2 links Plus 30 Über Kuppe Gerade 50 50 2 links Plus Schmiert 100 2 links Plus In 4 rechts Plus Macht Auf Exit Eis 4 rechts Plus Macht Auf Exit Eis In 6 Links Über Kuppe Danach 20 5 rechts Leichteis 50 70 70 Über Kuppe 6 Rechts ins Ziel In 5 links Achtung Eis Ok Das war nicht so schlimm Die Linne Ecke dort Ne Nö Nö Also wenn der Reifen Beste auf bessere Wahl Ok Oder? Ja fand ich auch War nicht schlecht Ne 2 1 2 1 2 1 2 2 4 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.